So, willkommen zurück bei OutKast. Wir versuchen jetzt die Gangster da ein bisschen zu ärgern. Ist er tot? Sieht nicht so aus. So. Gott, Gott, Gott. Schnappen wir uns mal die Gangster. So, hopp. Die Karte sieht man jetzt aus. Ah, komm, schieß. Alles, was rot ist, muss sterben. Machen wir einfach mal so. Oh, 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 oh. Malvo hit, fila. So. Oh, 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 ne Granate. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, jetzt sammeln wir hier in Ruhe noch alles ein. Dafür können wir wegstecken. So. Irgendwas schönes hier noch. Marnition. Ja, dann. Sehr schön. So was brauchen wir. Hopp. Oh, was ist das? Okay, wo ist denn das her? Hopp, hopp. Ja, verdammt. Was war los? Mensch. Oh, sag nicht, du hast dich verletzt. Gibt's denn sowas? Tapp, 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 tapp. Also nicht hier runterspringen. Hier gibt's scheinbar nichts. Bin ich doch nicht gerade langgelaufen. So. Etta. Hopp, hopp, hopp. Hm, hm. Wo, 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 wo? Geld. Total. So. So. Hier ist noch mehr Munition. Instabile organische Energie geordnet. Kannst du mir einen TÜV geben? In welcher Richtung? Glauben wir mal, 340. 340 Zottis. Ich sollte noch so ein paar Gangster umnieten. Es gibt Geld. Instabile, organische Energie geortet. Metall geortet. Moment. Ich hab die doch vor uns da oben umgeballert. Müssen die doch hier oben noch liegen? Zack, zack, zack. Hm. Komm mal da hoch. Ah. Oh Gott. Schau da. Metall. Instabile, organische Energie geortet. Da liegt hier oben etwas. Oh, da ist ein Kribbelkäfer. Warnung. Schwache Energie geortet. Hm. Okay, die Käfer sind scheinbar schwer zu töten. Stabile, organische Energie geortet. Stabile, organische Energie geortet. So. Jetzt hat sich hier hinten noch Metall gesehen. So. Und da vorne waren noch ein paar Gangster. Oh nein. So. Ich bin zweitiger. Ah ja... So, F. 360. Schlecht. Stabile, organische Energie geordnet. Leuchtet auch noch was. So. Energie, 80%. Das sollte ja bequem machen. Oder... Pam, 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 pam. Starke Energiequill. Oh. Ohhhh Bleib stehen! So Aaaaaaah verdammt 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 Aaaaaaah verdammt Halt er jetzt Verstärkung oder? Aaaaaaah Du Feigling Oh Ping-Boo Ping Aaaaaaah Oh oh! Hier, Falkentrickser! Wo kommt hier nur alle? Alle her! Oh Gott, oh Gott! So! Kurz aufs Leben schauen! Oh! Da kommen ja jetzt richtig viele! Ein paar Granaten! Oh! Haben die anderen sich versteckt? Oh! Aua! 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 Bautap! Bautap! Aua! Schauen 83% jetzt Nein, das ist ein bisschen normal. Okay... Na, es wird hoch! So... Die ziemliche Ausrüstung, was sind die jetzt gesehen? 460... Ja, warum mache ich hier noch so ein paar Leichen ab? Metall geordnet. Hier ist sowas. So... Schlüssel geordnet. Schlüssel geordnet, wo... So... UZA SH1. Position geordnet. Ja, schön. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Warnung! Mittlere Energiequelle geordnet. Äh... Warnung! 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 Nichts dazu so näher nicht immer ist... нев bounds mit Höhen und Warnung... Solange nicht ... ... mal. Bye bye. Was sind das für welche? Moment. So, 100 Prozent. So, jetzt aber. Tschüss und ciao.